Servus Fußballfreunde, ich habe heute wieder einen neuen Schuh für euch im Unboxing, nämlich von Adidas den X16 Plus Pure Chaos, dieses Mal in der Frauenversion, damit auch was für die Mädels dabei ist. Größe ist 40, Gewicht ist 190 Gramm, der Preis beträgt 300 Euro, Testvideo wird natürlich auch noch kommen, sonst schicke ich euch viel Spaß beim Unboxing. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020